Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge, die Sims 4 Gülzwigi, liebe Freunde, wir sind wieder am Start, was geht bei euch, hoffe euch geht's gut und ja, liebe Freunde, in der letzten Folge haben wir uns mal wieder ein bisschen, oder in den letzten Folgen haben wir uns mal wieder ein bisschen dem Restaurant gewidmet, das fandet ihr auch ganz cool und deswegen machen wir das auch heute nochmal weiter, glaube ich. Ich wollte euch nochmal daran erinnern, dass heute der letzte Tag ist, um eure Häuser für die Sims 4 100 Baby Challenge, den Häuserkontest, hochzuladen in die Galerie, denn heute Abend werde ich dann anfangen durchzugucken und durchzuliken und runterzuladen und das Video für morgen dann fertig zu machen, denn morgen ist dann quasi der Vorentscheid, ich hab die 10 Besten dann rausgesucht und ihr müsst dann entscheiden, welches es davon wird. Es gibt ja auch was zu gewinnen und zwar das Sims 4 Fan-Paket, also das Haus, was am Ende dann gewinnt, der bekommt von mir das Sims 4 Fan-Paket, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Jedenfalls müssen wir da noch ein bisschen, ja, also wenn ihr möchtet oder wenn ihr noch mitmachen möchtet und dann solltet ihr das jetzt tun und ja, ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht, ich denke eher nicht, aber bis heute Abend kann man vielleicht noch was hinzimmern, ne, man weiß es ja nicht, ich weiß ja nicht, wie schnell ihr seid. So, Mary widmet sich hier wieder dem Holzblock, ich weiß gar nicht, seitdem der hier steht, ist der irgendwie voll im Hype, ne, also ich glaub, die lieben es hier. Da wird geschliffen, da wird gehackt, da wird mit nem Brotmesser auf nem Block rumgehauen, es ist einfach nur super. Ich weiß gar nicht, warum die Mary so ne schlechte Laune hat, die hat überhaupt keinen Spaß mehr in ihrem Leben, ne, ihr merkt das schon, hier, rot ist einfach rot, ne, also spaßmäßig ist sie gar nicht mehr dabei. Okay, ähm, wir müssen mal ein bisschen was kochen, sehe ich gerade, die Mary hat nämlich einen großen Hunger, äh, das würde ich jetzt auch ganz gerne machen und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal ins Dingens, ins Restaurant, ich mach mal Partygröße, äh, außerdem hab ich vor, weil das Let's Play ja auch, ach, das Let's Play, weil das Let's Build ja von der Girls WG auch so super gut bei euch ankam, hab ich vor, ähm, nochmal ein Restaurant zu bauen, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und, äh, da würde ich dann gerne nächste Woche mit anfangen quasi, dass wir nächste Woche wieder Let's Build starten und zwar Let's Build, äh, Restaurant. Und, ähm, das wird bestimmt super, ich hoffe, ihr freut euch drüber und, ähm, ja, seid dann alle wieder fleißig am Start, ihr wisst ja, äh, ich hab's nicht so mit dem Bauen, aber, äh, ihr nehmt das ganz gut an und ihr findet das auch schön und das freut mich natürlich und wenn euch das so gut gefällt, dann machen wir das natürlich auch weiterhin und deswegen, ähm, würde ich vorschlagen, fangen wir nächste Woche an mit dem Bau unseres, äh, Restaurants und dann gucken wir uns das Ganze mal an, ob wir das gut hinbekommen und dann möbeln wir unser Restaurant mal ein bisschen auf, das finde ich nämlich ganz gut. Dominik muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, schlecht gelaunt, ja, der müsste vielleicht mal eben, stopp, äh, geh mal eben duschen, wenn du schon mal grad hier oben bist und dann kannst du runtergehen, was essen, bis dahin hat Mary das, denke ich, mal fertig gemacht. Ach, die Kinder sind beide im Bett, das finde ich gut, mir geht's eigentlich soweit auch ganz gut, die ist fit, wie eh und je, die muss noch ein bisschen Vampirkraftpunkte hier irgendwie sammeln, ich weiß gar nicht, warum wir da im Moment keine kriegen, ich glaube, wir müssen ein bisschen noch was machen. Wir haben es jetzt bald geschafft, glaube ich, ne, ja, wir haben schon drei Tage von fünf, äh, in Folge nicht ausgiebig getrunken, quasi, also an Menschen und, äh, das ist auch gut so, wir wollen ja ein guter Vampir werden, mein Gott, wie geistesgestört sich auf dem iPad und nie, ha, 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 irgendwelche hässlichen Pläne ausheckt. So, ähm, die ist so eigentlich ganz gut drauf, ich guck mal eben gerade, wir müssen uns, glaube ich, mal im Internet neues Plasma bestellen, das wäre, glaube ich, nicht schlecht, ich gehe mal eben hier gerade an den PC, ich weiß gar nicht, ob wir das bestellen können, äh, blablabla, online für einen guten Zweck spenden, hallo, äh, Vampirbücher kaufen, das können wir auch mal machen, Plasmabeutel bestellen, Moment, da machen wir, nehmen wir mal ein paar, wir nehmen mal zehn Stück, das reicht, glaube ich, erstmal für 500, und dann würde ich sagen, bestellen wir uns auch mal ein paar Vampirbücher, nach Informationen von Vampiren suchen, Vampirbücher, Enzyklopädie, Band 1, das würde ich gerne haben, einmal, und, äh, dann gucken wir mal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ist das jetzt schon direkt im Inventar, äh, ja, die Plasmabeute sind schon drin, das trinke ich mal, und dann können wir nämlich das hier Band 1 mal lesen, wie weit ist Mary mit dem Essen, äh, ach so, Mary hat schon fertig, sehr gut, ähm, dann kann die sich jetzt hier nämlich mal ein Tellerchen nehmen, ach, hat sie schon, und dann kann sie sich hier mal von Fernseher hauen und ein bisschen fernsehen, ich glaube, das wäre ganz gut, dann geht es ihr nämlich stimmungsmäßig auch wieder besser, so, du hast auch ein Hüngerchen, deswegen kannst du dir auch ein Gericht nehmen, Dominik ist zur Arbeit, ja, zu spät, dann muss er auch auf der Arbeit essen, auch nicht schlimm, so, Mary ist dann eigentlich einigermaßen fit, der Spaß kommt auch gerade ran, ich weiß gar nicht, was du gerade machst, ach so, du sollst das lesen, nicht auf den Boden legen, so, lesen, Nomm, 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 das Essen da reinschaufeln, so, sie möchte aber gerne in Ruhe lesen, deswegen setzt sie sich jetzt hier hin, auch nicht schlecht, dann macht das mal, dann kannst du mal ein bisschen nachforschen, und ich denke, das erhöht dann auch die Vampirpunkte, das wäre auf jeden Fall exzellent, wenn das so sein würde, so, Mary ist auf jeden Fall besser Laune, also die kann auf jeden Fall gleich los ins, ähm, Restaurant, ich gehe mal eben gucken, wir brauchen hier für sie, die müsste mal eben auf Klöchen, die kann man eben oben bei Mama und Papa gehen, wir verwenden das mal, dann können wir die nämlich eigentlich auch mitnehmen, die ist nämlich social ein bisschen niedrig, obwohl, die können wir besser hier lassen, ne, da nehmen wir nur Mary und Mia, dann gehen die beiden mal wieder auf Access, auch mal wieder was Schönes, und Mia nimmt einfach mal ihr Büchlein mit, mal aufzulesen, und steckt das mal bitte ein, so, sehr gut, und dann reisen wir mal, und gehen mal wieder in unser Restaurant, ich hoffe auch, dass unser Personal jetzt ausgebildet genug ist, ausgebildet genug ist, alles klar, ähm, Newcrest war das, ne, Magnolia Promenade, boah, ich komme da jedes Mal durcheinander, also, da müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünscht beim Restaurant, wollt ihr lieber so ein richtig Luxus-Restaurant, oder wollt ihr lieber so ein kleines, Imbiss-mäßiges Ding, also, das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, oder sollen wir so ein richtiges High-End-Restaurant machen, ja, also, so ein McDonald's quasi, nein, ich rede natürlich von so einem richtigen High-End-Restaurant, das wäre natürlich richtig geil, aber unser Personal ist halt noch nicht so gut ausgebildet, aber ich denke, das machen wir jetzt, das wird kein Problem sein, dass die, äh, da irgendwann mal auch mehr als eine Currywurst machen können, ne, weil wenn wir dann ein richtiges Restaurant haben, müssen wir natürlich auch andere Speisen anbieten, ne, da können wir mit einer Currywurst und einem 5-Sterne-Restaurant nicht mehr auftrumpfen, es sei denn, die Currywurst ist einmalig, dann schon. So, wir gehen mal eben hier hin, dann kann nämlich Mia ihr Büchlein weiterlesen, dann kann die da so ein bisschen in der Zeit ein bisschen üben, so und Mary macht mal das Geschäft auf, würde ich vorschlagen, öffnen, sehr gut, der Restaurant ist jetzt geöffnet und Kunden können es besuchen, um köstliche Gerichte zu genießen, ich raffe nicht, warum unser Kellner die ganze Zeit hier, unser Butler die ganze Zeit hier rumhängt, verstehe nicht, warum er die ganze Zeit bei uns ist, so, da kommt unsere nette Frau, ich glaube, die ist jetzt auch ein bisschen weiter ausgebildet, hoffe ich jedenfalls, überprüfen, wir überprüfen sie mal und schauen mal, warum steht sie jetzt mitten im Weg, anstatt sich einfach hinzusetzen, warte mal, wir setzen sie mal irgendwo hin, wir setzen sie einfach mal hier hin, hä, warum kann, Mia kann nicht an einem fremden Tisch sitzen, ooooh, soll sie sich auf Klo setzen, auch nicht schlecht, so, jetzt habe ich es gerade nicht gelesen, Knoblauchzopf, Mia hat gelesen, dass man Vampire ganz einfach mit Knoblauchzöpfen abwählen kann, sie kann jetzt Knoblauchzöpfe, Knoblauchgrenze und Knoblauchgelanden in ihrem Inventar herstellen, sehr schön, nice, äh, Arbeit ist eben Arbeit, für mich ist sie einfach ein notwendiges Übel, was ist das denn für eine Aussage, so nach dem Motto, eigentlich komme ich nicht gerne arbeiten, aber ich mache es, weil ich hier Geld kriege, so, ähm, wir machen mal kurze Schulung, bieten wir ihr nochmal an, Mia hat gelesen, dass es ein spezielles Gebräu gibt, mithilfe dessen Vampire sich für begrenzte Zeit im Tageslicht aufhalten können, oh, das hört sich sehr gut an, Mia hat alles aus diesem Buch gelernt, wenn sie ihre Forschung fortsetzen möchte, sollte sie unter Vampirgeheimnisse die Enzyklopädie Vampirband, Vampirica Band 1, äh, 2 am Computer bestellen, das machen wir auf jeden Fall, eine Schulung aus Haus, wird es auch einen Hindernisparcours geben, nichts verraten, ich will mich überraschen lassen, tut die so, weiße, so, ähm, wir begrüßen mal hier unsere Kunden, warum stehen die ineinander, das ist irgendwie gruselig, so, wir begrüßen die einfach mal beide, ich weiß gar nicht, ist hier sonst noch jemand, ne, ich glaube sonst nicht, ne, ach, da kommen welche, guck mal, wie er aussieht, der sieht ja aus wie Bart, aber herzlich, nur stylisch und grau und mit Haaren auf dem Kopf, stellt euch mal vor, Bart, aber herzlich mit so einer Hose, ich würde es ja feiern, ihr habt mich auch gefragt, ob ich den mal erstellen könnte, das ist eine sehr schöne Idee, wir können Bart, aber herzlich natürlich gerne mal erstellen und dann, ähm, fügen wir den einfach mal hier in die Stadt ein, damit der hier auch ein bisschen rumlatscht, das finde ich ganz lustig, jetzt kommen hier aber gerade irgendwie, äh, ganz schön viele Leute, ne, hier können wir nichts mehr machen, den begrüßen wir auch mal, den begrüßen wir auch mal, ach, guck mal, ein Landgraf kommt sogar zu uns und die, äh, kommt allerdings schon öfter, ne, ach, das wäre die nette Familie, die letztens nicht gezahlt hat, die die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass die umsonst speisen können, die Penners, so, dann setzen sie sich bitte, das wäre sehr nett, wenn sie das tun könnten und dann, alter, wie viel ist hier gerade los, Management, Tisch überprüfen, das machen wir hier auch mal, so, irgendwie macht mir das Restaurant gerade, äh, ziemlich viel Spaß, muss ich sagen, also, es ist sehr cool irgendwie, das haben wir eigentlich noch nie so intensiv gemacht, Hauptsache, sie steht hier vor der Tür, de, 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 erstmal ein bisschen mit, äh, Geigern rumspielen, finde ich super, so, ähm, den können wir nicht mehr begrüßen, den können wir auch nicht mehr begrüßen, die werden alle bedient, das sieht gut aus, ich glaube, den kleinen Jungen, den können wir noch begrüßen, auch den müssen wir natürlich begrüßen, da sind wir natürlich, äh, fair, so, die sitzt, er hat noch keinen Platz anscheinend gefunden, ich überprüfe mal ihren Tisch und schaue mal, ob da alles okay ist, ich weiß nicht, ob die jetzt einfach hier draußen rumstehen wollen oder ob die sich auch mal setzen wollen, ich weiß es nicht, Freunde, so, äh, Mia muss mal ganz dringend hier rein, die verbrennt nämlich gerade, willkommen, ich hoffe, es hat geschmeckt, unser Koch ist ein kulinarisches Genie, ey, die backt da rum und mein Zimt verbrennt, so, jetzt geht es hier schon besser, glaube ich, ich gucke mal eben gerade, oh, jetzt ist ihre Vampirenergie echt weit unten, warte mal, wir machen mal was, wir gehen mal hier auf Klo, willkommen in meinem Restaurant, es wird alles zur absoluten Zufriedenheit verlaufen, ja, das ist sehr gut, so, und dann können wir nämlich hier mal eben eine dunkle Meditation vollführen, boah, du solltest das heimlich machen, egal, kommt ja gerade keiner auf Klo, machen wir das hier mal ganz heimlich, oh, egal, wie das aussieht, das sieht so lustig aus, wie sie einfach so heimlich auf dem Klo meditiert, oh, ich gucke mal eben hier weiter, wie es hier aussieht, so, jetzt ist ihre Energie auch schon wieder weit aufgefüllt, so, die haben schon wieder Level 4, die hatten ja immer Level 4, hatten die letzten schon, wir machen mal Bestellung priorisieren, ich gucke mal eben bei ihm, da können wir das eigentlich auch machen, wir priorisieren einfach hier mal alles, damit die sich hier auch wohlfühlen, die begrüßen wir mal, ach, die kriegen tatsächlich schon ihr Essen, das ist ja super, was bestellen die? Käsepizza, guck mal, wie er sich freut, oh, Käsepizza, und sie nimmt unsere hausgemachte Currywurst, die würde ich natürlich auch nehmen, so, wäre schön, wenn ihr euch hinsetzen würdet, vor allem du, mein Freund, pink und rot, das weiß ich, ich werde dafür sorgen, dass der Koch den Herd hochdreht, damit das Essen schneller kommt, sehr gut, also die stehen so ein bisschen hier rum, so ein bisschen belanglos, weil ich gar nicht was mit dem Koch, der ist immer voll beschäftigt, und die warten einfach die ganze Zeit nur darauf, dass die ihr Essen kriegen, was die abliefern können, aber gut, wenigstens macht jeder hier seinen Job, So, mir hat sich genug meditiert, ich guck mal eben, kann ich hier eigentlich auch mit ins Web gehen? Butler abbestellen, krank melden, obwohl gesund, Job kündigen, Jobs suchen, Selfie machen, im Internet surfen, na, wir können also nicht richtig an den PC dran, jetzt steht sie da auf Klo und spielt Geige, also irgendwas läuft hier wieder schief, so, ach, die sind schon fertig tatsächlich, das ging ja flott, so, Mary, dann gehen wir eben hier, kann man hier noch was machen? Wir machen mal gratis Getränk, und hier machen wir auch mal den Tisch überprüfen, und bei den beiden, gucken wir auch mal, die haben diesmal ihr Kind nicht mitgebracht, tatsächlich, ne, sonst hatten die noch ein Kind dabei, was für ein Arbeitsstag, Mason ist ja zu Hause und hat 329 Simoleons verdient, wow, Macy Basie, du bist ja auch Schwerverdiener, also im Moment läuft unser Restaurant, ne, also wir können es uns bald leisten, ich guck mal eben, wie das hier aussieht, wir haben 750 Vorteilspunkte schon wieder, 10.772 Geschäftsbudget, also es läuft, ich guck mal eben, im Moment machen wir wieder 71 minus, also wir hatten 71 minus, aber die Bewertungen steigen, also es läuft, es läuft, Freunde, es kann nur besser werden, wir kommen in meinem Restaurant, es wird alles zur absoluten Zufriedenheit verlaufen, ja, ich hoffe doch, so, die warten immer noch auf ihr Essen, ne, wir machen mal Bestellung und priorisieren, damit das hier mal ein bisschen schneller geht, Mary räumt auch ein bisschen mit auf, das finde ich sehr gut von ihr, so, die haben ihr Essen auch bekommen, was haben die bestellt? Kartoffelbrot und Ofenkartoffel, mh, Ofenkartoffel, Freunde, also da bin ich auch immer ganz vorne dabei, einfach nur lecker, Ofenkartoffeln mit Sauerem, ich liebe es, ähm, Tisch gratis, Dessert servieren, das machen wir mal, ich werde dem Küchenpersonal beide machen, das Essen wird bald serviert, sehr gut, was macht er denn da, malt er? Ach, wie geil, Alter, hat er jetzt so ein Kinderspiel-Mahlset oder was, was ist mit ihm? Ich weiß nicht, was mit ihm falsch läuft, aber Felix Lamberts, irgendwas ist da, ich kann einfach nicht mit ansehen, wenn jemand traurig das Restaurant verlässt, der Nachtisch geht auf mich, ja, wieso denn traurig, die sind doch voll gut drauf, ah, guck mal der, der wird jetzt einfach dazu gesetzt, setzen sie sich doch einfach dazu, ja, der ist aber auch selber schuld, das hasse ich immer, die setzen sich aber auch nicht hin, wir begrüßen ihn einfach mal, vielleicht ist er dann besser drauf, aber im Moment läuft's hier, ne, muss man ja sagen, finde ich voll gut, so, jetzt fühlt er sich schon besser, weißt du, weil ich ihn begrüßt habe, hier kann ich nichts mehr machen, so, da geht schon wieder Essen raus, ich weiß nicht, wenn er sich jetzt mal hinsetzen würde, wäre schön, vier Tage lang erfolgreich, widerstanden ausgiebig zu trinken, sehr gut, Mia, ich bin sehr stolz auf dich, ich guck mal eben, wie es bei dir aussieht, nicht, dass du dich eines Tages doch irgendwo jemanden an den Hals wirfst, deswegen, ähm, trinken wir, glaube ich mal, lieber einen Plasmabeutel zur Sicherheit, die gammelt auch schon wieder viel zu viel da draußen rum, die soll mal hier reinkommen, und dann kann die sich mal hier am Waschbecken kurz waschen oder so, ähm, ein Glas Wasser nehmen, wir putzen uns einfach mal die Zähne, läuft bei uns, so, dann steigt die Hygiene nämlich auch, ich verstehe gar nicht, warum er hier draußen so eine schlechte Laune hat, ich gehe mal da gerade hin und begrüße ihn mal, ich glaube, den haben wir noch gar nicht begrüßt, begrüßen wir ihn und dann überprüfen wir mal seinen Tisch, Tisch überprüfen, so, und dann schauen wir mal, was hat er? Was, die Currywurst ist normale Qualität, okay, kriegt sich mal wieder einen kleinen, Junge, sei mal nicht so frech, so, äh, wir machen mal ein gratis Dessert, dann freut er sich, willkommen in meinem Restaurant, so, er ist voll fröhlich, geht nach draußen, keine Ahnung wieso, sie ist auf Level 4, bei der kann ich auch nichts mehr machen, er malt immer noch fröhlich an seinem Tischchen, ach, die sind durch mit Essen, tatsächlich sehr gut, ich weiß gar nicht, wie lange will er denn noch hier sitzen, so, ah, er kriegt jetzt, sehr gut, Tank-War, Tank-War, hä, bestellen die noch was, die haben doch schon den ganzen Tisch voll, Phrasen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, sie sollen ruhig ausgiebig essen, mir ist egal, so, er geht glaube ich auch, oder, oder geht er auf Klo, hä, Mia, bist du gekloppt, hör mal auf, du lockst die ganzen Leute dahin, dann zahlen die gleich wieder nicht, dann wollen die wieder irgendwas umsonst haben, die müsste eigentlich rein theoretisch, mal ein bisschen meditieren, ja, also mit einem Vampir ist schon ziemlich stressig, muss man sagen, die darf natürlich nicht so viel in der Sonne, aber das schaffen wir schon, so, was ist denn mit ihm, der hat ja auch so ein flottes Dress, hör mal, hier sind ja alle ganz flott angezogen, so, er setzt sich jetzt hier hin, dann gucke ich mal, ob ich für ihn was tun kann, ich begrüße ihn mal, dann mache ich mal Tisch überprüfen, vielleicht essen die ja jetzt auch zusammen was, das wäre ja ganz nett, so, die sind alle weg, glaube ich, ne, ja, jetzt sind alle weg, sehr gut, dann haben wir nur noch die, die hier und die, die draußen sitzen, ne, und die, aber ich denke mal, die haut jetzt gleich ab, die wird ja gleich fertig sein, wir machen mal hier Bestellung priorisieren, weil er schon ein bisschen schlechte Laune hat, willkommen, ich hoffe es hat geschmeckt, unser Koch ist ein kulinarischer Genie, der ist, das würde ich jetzt nicht behaupten, weil der kriegt noch nicht mal eine Currywurst auf hohe Qualität hin, aber okay, ähm, ich würde ihn aber gerne mal loben, ernsthaft, jetzt bohrt hier jemand, ernsthaft, warum muss das eigentlich immer sein, wenn ich gerade ein Let's Play aufnehme, so, ich werde, ist wieder geil, und Professionalität ist hier an der Tagesordnung, ich sage es immer wieder gerne, demnächst bohr ich selber, während ich ein Let's Play aufnehme, ich werde Bescheid geben, das Essen steht hier, bla bla bla, wunderbar, ich versuche ein Musterangestellter zu sein, und es sieht ganz so aus, als würde meine Bemühungen Früchte tragen, ja, deine Bemühungen tragen tatsächlich Früchte, du bist ein super Koch, und ich hoffe, das wird auch weiter so, ähm, Zubereitungsart erörtern, vorsichtig, schnell, normal, wir lassen das mal auf normal, herabstufen, nein, überprüfen, für Schulung bezahlen, das machen wir mal, Standardschulung für 600, die gönnen wir uns jetzt mal, ich hoffe nämlich, dass das dann irgendwie sich auch auf die Qualität aus, ähm, ausliefert, äh, so, auswirkt, genau, ach, guck mal, jetzt haben die ihr Kind doch noch nachgeholt, das ist ja schön, dann zahlen die ja gleich wieder nicht, danke Mary Sullivan, das ist eine tolle Chance, meine Fähigkeiten zu verbessern, ich gehe nach der Arbeit hin, super, ja, also wir müssen erstmal ein bisschen investieren, wie ihr seht, und wenn wir dann genug investiert haben, dann, äh, sind die Leute hier auch besser drauf, Restaurant, um Tisch bitten, okay, Kim verwalten, ähm, ich würde die gerne auch nochmal loben, wo ist denn unsere andere Angestellte, da die, genau, da kann sich mal eben die Mia drum kümmern, Mia, mach mal eben Saskia verwalten, ey, was, Alter, was ist denn mit der los, ey, das geht ja gar nicht, die hat gerade unserer Chefin Wasser ins Gesicht geschüttet, äh, was ins Gesicht geschüttet, was ist denn mit ihr nicht in Ordnung, kritisieren, geht gar nicht, was ist denn bitte mit ihr los, guck, ich glaube doch, geht total wütend durchs Restaurant durch, Hammer, die Alte, oder habt ihr das gesehen, die hat einfach ihrer Chefin was ins Gesicht geschüttet, und ich meine, Mia ist ja immerhin auch die Chefin hier, ja, rein theoretisch müssten wir sie feuern, das tun wir jetzt auch, geht gar nicht, geht einfach gar nicht, da muss ich mal eben ein Foto von machen, ey, das geht ja überhaupt gar nicht klar, Alter, was ist denn mit ihr los, du bist gefeuert, ja, selber schuld, selber schuld, was soll das auch, ganz ehrlich, Saske und Mia verabscheuen sich jetzt, Mia hat Saske gefeuert, sie wird nicht mehr bei der Arbeit erscheinen, sie ist ziemlich frustriert, ja, aber es tut mir leid, Alter, aber man kann ja nicht hier machen, was man will, so, ich muss mal eben hier gerade gucken, Angestellte verwalten, da gehe ich mal gerade rein, ähm, und dann brauchen wir natürlich jetzt jemand Neuen, Köcher als Arbeitssuchend gemeldet, ha, 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 äh, wir machen aber mal Kellner, so, Moment, vielleicht auch mal ein Mann oder so, ne, oh, guck mal, die, ach ja, aber die ist ja jetzt, ne, die haben wir ja gekündigt, ein Alien, ach komm, ein Alien finde ich super, wir stellen einen Alien ein, ich finde es geil, Mia hat einen neuen Kellner eingestellt, Carina Palm tritt so schnell wie möglich zu ihrer ersten Schicht an, verfolge die Fähigkeiten von Carina im Fenster Angestellte verwalten, sehr geil, jetzt haben wir einen Alien als Kellnerin, wer hat das schon, guck mal, da ist die Summers, voll cool, ähm, Management, wir begrüßen sie mal, und, ja, voll cool, Alter, ich finde das voll geil, äh, die will ich auf jeden Fall loben, ich will sie erst loben, und wenn ich sie gelobt habe, dann will ich sie, äh, auch schulen, die soll auf jeden Fall baunt bleiben, Schulung bezahlen, kurze Schulung, mega lustig, finde ich, finde ich voll gut, wer hat das schon, wer hat schon Alien als Angestellte, ich finde das ja mega, ne, wer hat schon Alien als Angestellten, keiner, wir können sowas bieten hier in unserem Restaurant, ja, diese dient auch noch als Anschauungsobjekt, ich finde es super, ja, anscheinend hat der Nachbar sich gerade überlegt, spontan, äh, aufzuhören, zu bohren, das finde ich ganz toll von ihm, vielen Dank an dieser Stelle an meinen Nachbarn, liebe Grüße gehen raus, äh, gratis speisen, da, siehste, schon wieder, die wollen schon wieder gratis speisen, guck mal, wir, wir geben alles, kann man sagen, ja, also ich würde jetzt spätestens, jetzt würde ich gehen, so, ähm, ja, sie fühlt sich jetzt wieder anerkannt, das finde ich sehr gut, Summers musste ich mal hier hinsetzen, äh, Summer, Holiday, ne, Mertens heißt die jetzt anscheinend, aha, okay, äh, die hat anscheinend geheiratet, Management, Bestellung priorisieren, das müssen wir ganz dringend machen, weil hier steht die Wartezeitband ziemlich lang, das wollen wir natürlich nicht, hier draußen sitzt gerade keiner, die ist auch schon ziemlich im Arsch, glaube ich, aber sie macht da schon eine Schulung außer Haus, wird es auch ein Hindernisparcours geben, nichts verraten, ich will mich überraschen lassen, ja, dann lass dich mal überraschen, ein Hindernisparcours wird es mit Sicherheit geben, Hauptsache der kleine Junge sitzt hier ganz alleine, mit seinem, Malzbier, er säuft sich erstmal ein, so, Management, Bestellung priorisieren, machen wir mal, ich werde dafür sorgen, dass der Koch den Herd hoch, dritter, damit das Essen schneller kommt, und das wäre sehr, sehr schön, so, warum die sich hier nicht hinsetzen, ich weiß es nicht, ach, das ist tatsächlich ihr Mann, das finde ich ja süß, ne, den hat einer von euch erstellt, finde ich voll toll, so, unser Kellner arbeitet auch mit, ich werde beim Küchenpersonal Beine machen, damit das Essen bald serviert wird, sehr gut, so, und ich würde sagen, wenn wir die dann raus haben, dann, ach scheiße, jetzt ist er gegangen, oh, sowas kostet uns natürlich immer, ne, ihr wisst schon, so, du kannst dich jetzt draußen hinlegen, das ist jetzt auch kein Problem, du bist ja jetzt auch, ist ja jetzt dunkel, du kannst jetzt, Mary hat sich auch schon hingehauen, so, da machen wir den kleinen Jungen jetzt noch fertig, und dann würde ich sagen, äh, war's das, mit dem Restaurant für diese Woche, ähm, ja, auf jeden Fall, wer noch am, ähm, 100 Baby Challenge Häuser Contest mitmachen möchte, der sollte jetzt auf jeden Fall Gas geben, äh, morgen wird das Video schon dazu kommen, also, äh, dazu kommen, also der erste Vorentscheid, mit den 10 schönsten Häusern, die ich mir ausgesucht habe, Kim Breuer wird nach der langen Arbeitszeit langsam müde, ohne eine Pause wird ihre Leistung und Jobzufriedenheit garantiert abnehmen, ja, das machen wir ja gleich, wir haben gleich wieder geschlossen, keine Sorge, die machen wir nicht mehr fertig, ähm, also, wer da noch mitmachen will, müsste heute jetzt Gas geben, denn heute Abend werde ich mir schon die ersten angucken und raussuchen, ja, und dann freue ich mich sehr, ähm, bin schon ganz gespannt, ich habe noch gar nicht reingeguckt, ich hoffe, äh, da sind ganz viele Schöne dabei, ihr habt mir ganz viel schon bei Snapchat und Instagram geschickt, ihr habt mir schon fleißig verlinkt und mir Nachrichten geschrieben, äh, ich muss leider dazu sagen, ich habe ja immer gesagt, ich antworte eigentlich immer, ich muss mittlerweile leider sagen, es gelingt mir nicht mehr immer zu antworten, ich kriege so unglaublich viele Nachrichten, auf Instagram am meisten, muss ich wirklich sagen, also auf Instagram wirklich am meisten, da beantworte ich die ersten 10 und habe schon wieder 30 neue, also das ist wirklich, wirklich krass, viele Sachen kann man sich natürlich auch selber beantworten, wie zum Beispiel Sachen über Sims und sowas, das könnt ihr euch einfach ganz easy ergoogeln, da braucht ihr gar nicht lange auf eine Antwort warten, äh, die dann von mir kommt, äh, da sind ganz viele Sachen, die gibt es bei Google oder auf verschiedenen Fanseiten, wo ihr euch informieren könnt, äh, Sim Times, Sim Fans, die haben alle super Seiten, da könnt ihr euch alles nachlesen, was ihr wissen müsst über Sims, und, ähm, auch mit den Sheets und alles, äh, das beantworte ich fast gar nicht mehr, weil, das schaffe ich einfach nicht, kann ich jedem noch eine ausführliche, äh, Anleitung geben, wie man Sims zu spielen hat, das müsst ihr ein bisschen selber rausfinden, äh, alle anderen Sachen versuche ich immer zu beantworten, aber es ist mittlerweile wirklich, wirklich viel geworden, auch in den Kommentaren hier bei Sims und so, und auch bei anderen Spielen, es ist einfach unglaublich, wie aktiv ihr seid, dafür möchte ich mich wirklich nochmal bei euch bedanken, das ist wirklich mega geil, und ich danke jeden Einzelnen von euch für eure Unterstützung, für einen Daumen nach oben, für einen Kommentar, das bedeutet mir wirklich immer sehr, sehr viel, und, äh, ich weiß, das ist immer leicht gesagt, und viele denken auch immer, ich sehe es nicht, aber ich sehe wirklich fast alles, also ich muss wirklich sagen, ich bin 24-Sieman-Handy, da werde ich schon oft bemeckert, wenn ich zum Beispiel mal mit Freunden unterwegs bin, aber ich kann dann auch nicht anders, Mary hat entdeckt, dass Carina Palm ein Alien ist, nein, die Tarnung schien perfekt, abgesehen von der, nun ja, außerirdischen Kleinigkeit, ja, die Tarnung, die Tarnung war wirklich perfekt, also ich hätte es, hätte sie es jetzt nicht gesagt, hätte ich es nicht gewusst, dass sie ein Alien ist, Hammer, nee, aber liebe Freunde, wie gesagt, wenn ich euch jetzt nicht immer antworte, tut es mir wirklich leid, ich versuche es trotzdem noch nach wie vor, aber es ist wirklich, wirklich viel geworden, auf Snapchat, auf Instagram, Twitter geht es noch, da könnt ihr mir noch schreiben, aber, ähm, alle anderen Seiten, die sind mittlerweile so überladen, ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich jeden antworten soll, und, ja, wenn ich euch antworte, dann würde ich euch natürlich nicht nur ein Herz schicken, das mache ich schon immer sehr oft, ein Herz oder ein Danke oder so, ne, aber damit ist es natürlich oft nicht getan, viele möchten natürlich auch ein bisschen mit mir schreiben, das verstehe ich auch total, und ich würde auch super gerne mit euch allen schreiben, ich habe auch zu vielen sehr engen Kontakt sogar, ähm, aber, ich schaffe es halt nicht mehr bei jedem, es ist halt wirklich sehr, sehr viel geworden, also seid mir nicht böse, ich versuche es aber trotzdem noch nach wie vor, auch in den Kommentaren hier bei YouTube, viele schreiben dann immer, ach, zocker, du siehst das eh nicht und so, ich sehe das wirklich, auch bei YouTube in den Kommentaren, ich gucke mir die immer abends mal durch, oder direkt nach, nachdem ich es hochgeladen habe, ähm, schaue ich mal rein, ne, und, äh, liked da mal so ein bisschen durch, aber, ähm, ja, ich kann halt nicht immer jedem antworten, es tut mir sehr leid, aber ich gebe immer mein Bestes, deswegen möchte ich euch natürlich nochmal Danke sagen, dass ihr mir trotzdem immer so fleißig schreibt, und ich liebe es von euch zu hören, und, ähm, ich finde es super toll, was ihr mir immer schreibt, und viele bedanken sich immer, äh, für die Videos, die ich mache, dabei muss ich mich eigentlich bei euch bedanken, dass ihr das überhaupt möglich macht, ja, weil, äh, wenn nicht keiner zugucken würde, dann würde ich natürlich auch keine Videos machen, das wäre natürlich sinnlos, deswegen freue ich mich natürlich über jeden Klick, über jeden Daumen nach oben, und über jedes Kommentar, was ich von euch bekomme, und über jede Nachricht, ich kann halt nur nicht immer jedem antworten, aber im Geiste und Herzen bin ich bei euch, Freunde, ja, und, ähm, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, nächste Woche beginnen wir mit dem Restaurant Let's Bild, ich hoffe, ihr freut euch sehr drauf, gebt dem Daumen, äh, gebt dem Daumen gerne einen Daumen nach oben, ja, also für den Daumen einen Daumen nach oben, ja, und, ja, ähm, wer ein paar Vorschläge hat fürs Let's Bild, kann mir das jetzt gerne hier in, unter diesem Video in die Kommentare hauen, das schaue ich dann nachher rein, also nächste Woche Montag fange ich dann an, schau mal rein, gucke, was ihr so geschrieben habt, und demnach richten wir uns dann ein bisschen, ich mache mal hier hoch, damit das mal ein bisschen schöner aussieht, naja, schöner sieht es jetzt auch nicht aus, so, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen wunderschönen Tag, und ich sage bis demnächst, hau da rein, tschüssi, 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 Vielen Dank.